Soll die Zukunft unseres Volkes national oder international gestaltet, auf dem Boden des Christentums oder der Gottlosigkeit aufgebaut werden? Das ist die Frage, die die bevorstehende Reichstagswahl an uns richtet. Wir deutschnationalen Frauen wissen, dass die Antwort, wenn es überhaupt eine deutsche Zukunft geben soll, nur lauten darf, national und christlich. Darum kämpfen wir deutschnationalen Frauen im Bewusstsein unserer völkischen und staatsbürgerlichen Verantwortung um die Heilighaltung der Ehe, um die Rettung der Familie, um die deutsche und christliche Schule für alle deutschen Kinder, um die Wiederherstellung einer wahrhaft sittlichen Berufsauffassung unter Überwindung des zersetzenden Klassengedankens, um die Vereinigung aller deutschen Männer und Frauen im freien deutschen Vaterland. Wir deutschnationalen Frauen rufen allen Frauen, die wie wir in voller Gleichberechtigung mit dem Manne um die höchsten Güter unseres Volkes kämpfen wollen, die Aufforderung zu, kommt zu uns in die deutschnationale Volkspartei. Unser Wahlspruch heißt national, christlich, sozial. Unsere Fahne ist und bleibt quarts, weiß, rot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017